So, ich starte jetzt die Woche 7. Also nochmal eine intensive Woche. Also Woche 7 und 8 ist jetzt nochmal intensiv. Danach gehe ich in der Woche ein bisschen zurück. Bisschen eine Erholungswoche. Dann nochmal zwei intensive Wochen, aber mit weniger Kilometern, aber dafür alles in Wettkampftempo. Ich habe mir jetzt einen Kilometer eingelaufen und jetzt stehen am Plan 15 Kilometer in 4,15. Und jetzt schauen wir mal, wie das funktioniert. So, Runde wird nicht. Die 15 Kilometer sind ganz gut gelaufen. Habe jetzt 14 geschafft. Also soll erfüllt. Sehr gut. Morgen geht es weiter. Heute bin ich etwas später dran. Jetzt ist 21 Uhr. Ich sollte jetzt noch in der Walle laufen. 4x3000 Meter. Ich gehe jetzt ins Fitness, weil ich keinen Bock habe, mir da Steinlampe jetzt in der Walle zu bolzen. Und mir ist im Dunklen einfach die Verletzungsgefahr viel zu groß ist. Deswegen geht es jetzt ins Fitness, aufs Laufband. 4x3000 Meter. Und schauen wir, wie das läuft heute. So, dringend beendet. Ich habe kurzfristig umdisponiert. Ich habe anstatt 4x3000 Meter 6x2000 gemacht. Dafür bin ich, habe ich 15,5 kmh eingestellt. Also ein bisschen unter einem 4er Pace. Habe ich mich einfach ein bisschen wohler gefühlt. Weil die 3 Kilometer mit der Luftdimmel Fitness ging gar nicht. Und deswegen habe ich die Strecke ein bisschen verkürzt. Auf 2 Kilometer. Dafür die Geschwindigkeit hochgenommen. Denke ich mal, ist auch eine gute Einheit. Ist ganz gut gelaufen. Bin natürlich jetzt etwas platt. Aber so soll es ja auch sein. Und mal schauen, wie meine langen Läufer am Samstag und Sonntag dann gehen. Ja, jetzt sind erstmal zwei Tage Pause angesagt. Und die werde ich jetzt auch brauchen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Heute steht ein langer Lauf an. Der ist gesplittet. Zehnmal. In der Wettkampftempo. Angepeilt waren. 4 Minuten. Ich habe jetzt die erste Runde gemacht. War jetzt 4,5. Dann kommen wir jetzt den nächsten 10 Kilometer. Ein bisschen ausruhen. In den Fünfer Schnitt. Und danach nochmal 10. In 11.04. Dann wird wahrscheinlich auch wieder so mit der 4,5. Rauslaufen. Einfach als langer Lauf. Und mit zwischendurch Wettkampftempo. Ja. Jetzt ist ein bisschen Entspannung angesagt. Aber jetzt. Zweieinhalb Kilometer. In der langsamen Runde. Also. Noch nicht ganz. Trainingshaltszeit. Oh. Boah. Ich fühle mich bisher ganz gut. Es wird heute. Noch eine schöne Einheit. Wenn ich die jetzt dann fertig habe. Habe ich 77 Kilometer die Woche. Also. Schönen Umfang. Für mich auf jeden Fall. Schauen wir mal wie es weiter geht heute noch. Woche 7 beendet. Ich wollte ja heute 30 Kilometer machen. Ähm. Ich habe jetzt abgebrochen. Ich habe die schnelle Runde. Mit 10 Kilometern gemacht. In 4,5. Die zweite langsame Entspannung. Mit 5,5. Im Durchschnitt. Und dann habe ich noch 2 Kilometer. Gemacht. In 4,8. Und dann hat sich das Fußgelenk wieder ein bisschen blöd angefühlt. Und. Da habe ich jetzt ja mal abgebrochen. Es ist ja nicht mehr lang. Deswegen. Lieber mal ein bisschen Training pausieren. Anstatt es zu übertreiben. Anstatt es zu übertreiben.